Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Warum haben wir die Diskussion dieses Jahr? Haben wir im Wesentlichen, weil wir letztes Jahr das Jahr 2021 hatten und nach dem Corona-Winter kam dann die Corona-Pause so gesehen im Sommer und die Leute mussten raus, sie wollten aber nicht in eine Kneipe, sie wollten nicht in ein Restaurant, die Clubs waren zu. Also was hat man gemacht? Man hat sich im Freien getroffen. Und es war ja auch damals quasi die Devise, bleibt im Freien, trefft euch, geht nicht rein, Abstand halten und so weiter und so fort. Jetzt haben wir 2022 und wir sind ein Jahr weiter. Und dieser richtig große Druck, den es letztes Jahr gab, gibt es nicht mehr. Die Clubs haben wieder auf, die Restaurants, man geht rein, die Kneipen, man geht rein. Es ist nicht mehr dieser Druck da. Und glauben Sie mir, ich habe da ja jetzt einen Monat lang jeden zweiten Abend verbracht. Ich weiß es, es ist viel, viel weniger los, es ist viel, viel entspannter. Da sind wir mal letztes Wochenende weg, da bei BRN. Aber ansonsten ist es da schon viel entspannter geworden. Und jetzt mit den Nachtschlichtern, wurde schon ein paar Mal gesagt, bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass wir das Problem hinkriegen. Weil das eine ist ja, ob ich mich treffe als freier Mensch in diesem Land, auf der Straße stehe und Wasser, Milch oder ein Bier trinke. Das andere, das muss erlaubt sein. Alles andere wäre ein schwerwiegender Eingriff in die persönlichen Freiheiten. Oder aber, ob ich auf Mülltonnen rumtrommel, ob ich eine riesige Boombox aufbaue, ob ich ein Schlagzeug mitbringe. Das alles muss natürlich nicht sein. Das alles sollte auch nicht sein. Aber dass man jetzt sagt, du darfst dich nicht mehr da mit deiner Kumpeline treffen, das geht zu weit. Wenn wir diese Verbote machen würden, was passiert denn dann? Dann passiert A, einmal Verdrängung. Also die Leute gehen Martin-Luther-Platz, Albert-Platz, Hauptstraße, Goldner Reiter, Allauenplatz ins Hechtviertel. Und wir haben die Problematik dort genauso. Und es setzt wahrscheinlich eine ganze Kaskade an Verboten in Bewegung. Weil man sagt, oh ja, wir müssen uns an Martin-Luther-Platz verbieten, auf der Hauptstraße und so weiter und so fort. Der andere Aspekt, das Verkaufsverbot, der wurde hier noch überhaupt nicht genannt. Ich habe das live und in Farbe mitbekommen mehrere Jahre. Und auch den Wechsel dann. Das Verkaufsverbot führt dazu, dass alle möglichen jugendlichen Gruppen mit der Straßenbahn anreisen, einen Kasten Mixery dabei haben, darauf eine Flasche Gorbatschow und eine Flasche Cola. Und das geben sie dann an irgendjemand weg. Sie haben da null Jugendschutz. Jetzt ist wenigstens ein Spätshop da, da kann man mal gucken, wer geht da rein, was wird da konsumiert. Ja, hast du schon zu viel, lass mal lieber. Aber wenn man das so macht, es ist ja quasi ein für die jugendlichen Geschäftsmodell, das ist umsonst saufen. So, man nimmt den Kasten mit und verkauft es dann wieder an seine Kumpels oder an wen auch immer, an 13-Jährige. Ihr habt es erlebt, das ist alles nicht schön. So, und deswegen sollte man das auch nicht tun. Ich bin der absoluten Meinung, dass auf Neudeutsch heißt es cornern oder das sich treffen auf der Straße, das gesellig sein, das Miteinander sprechen, Bekannte treffen, neue Leute kennenlernen, dass das zu einer modernen Großstadt dazugehört. Das ist Lebensstil oder Lifestyle. Das ist ein Standortfaktor, deswegen kommen Leute nach Dresden beziehungsweise bleiben hier, weil sie sagen, das ist schön oder meine Lieblingsgeschichte aus Berlin, wo ich mal war, habe ich mit so einem Startup-Kollegen gesprochen auf der Party, der meinte, Alter, das ist so schön, ich habe gestern gearbeitet, nachts um zwei, mir fehlte Ducktape und dann bin ich runter in den Spätshop, habe es gekauft, das ist so cool, ab vier Uhr war ich fertig. So, das ist das, was sozusagen eine Stadt bieten muss und eine Stadt ist zum Benutzen da, eine Stadt ist Lebensqualität und deswegen werde ich als Pirat, werden die Dissidenten als Fraktion alle Anträge zu Alkoholverboten heute ablehnen.